Im Räuber-und-Gendarm-Modus für zwölf Spieler stehlen die Räuber das Geld und fliehen. Die Cops müssen das Geld zurückholen und verteidigen. Der Plan ist denkbar einfach. Gehen Sie rein, holen Sie sich die vier Millionen und fliehen Sie in vier Minuten. Sichern Sie den Mann mit dem meisten Geld. So werden wir alle reich. Die Cops werden versuchen, uns das Geld wieder abzunehmen. Die Beute wird geteilt, also arbeiten wir zusammen. Mir ist egal, ob Sie sowas schon mal gemacht haben. Bringen Sie mir einfach das Geld. Aber ich bin Liaison. Die Beuteilen sind ein großes Geld. Da ко ich mitnehmen. edel